Das ist nicht schlecht. Shit, ich habe meinen Monitor kaputt gemacht. Hey Jungs, ich habe meinen Monitor kaputt gemacht. Warte, ich sehe gerade gar nichts. Hey Jungs, ich habe meinen Monitor kaputt gemacht. Oh mein Gott, ich habe das gesehen. Bruder, ich habe einfach meinen Monitor richtig gefickt. Ich zeige euch das gleich. Guckt euch das an, ich komme an keinen Fall ran. Er steht 3-0, er steht 3-0, ich bin gleich wieder weg. Ich bin dann auch so schnell wieder weg. Ey, ich bin dann auch so schnell. Guckt euch hier, ich zeige euch meinen Monitor. Warte, aber so viel ich noch erkenne. Warte. Hier, das ist mein Monitor jetzt. Aber ist mir egal. Fuck off. Alles wird gut. Habt das immer geklippt, wenigstens? Das erste Mal CR7 gezogen. Was tust du denn? CR7. Digga, ich habe noch nie live gesehen, dass einer CR7 sieht, ne? Was? Willst du mich verarschen? Was ist das? Was ist das? Niyazi, ich habe gel. Oh, va. Oh. Clip that. Clip that, motherfucker. Clip that. Wow. DK. Sexy. Clip das. Clip das. Was war mit Mbappé gerade? Die Gegner hier auf dem Account können Fifa spielen. Was? Was? Was ist das für ein Gegenkorps? Guckt euch das an! Was ist das? Was war das? Oh mein Gott ihm verspringt der Ball! Oh mein... Das war der Beweis! Oh mein Gott! Ich wollte gerade Finessen rein! Ihm verspringt einfach der Ball! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich fick dieses Spiel! Ich fick dieses Spiel! Er schießt mit links! Er schießt mit links! Er schießt mit links! Er schießt mit links! Digga! Ich hatte Lewandowski! 15 Spiele! Er hat mit links nicht mal meine Mutter getroffen! Der konnte nicht von meiner Mutter abschießen! Digga! Und bei ihm macht der einfach rein! Ey! Ach! Mein Bein! Ey! Was ist denn dieses Spiel? Oh mein Gott! Ich schwöre ich Stream nie wieder Weekend League! Wenn der Gast Allen sich das leisten kann! Er wird das wahrscheinlich auch machen! So auf Hobby! Boah! Hast du das gesehen? Und er hat damit demotiviert, ey! Gut auf die Decke auseinandergenommen! Mit Tuch nass! Digga! Digga! Was ist das hier? Guck dir das mal an! Digga! 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 Da ist er weg. LOL Was? Digga, mein... der gegnerische Torwart ist gerade das Tor geräumt mit dem Ball. Oh moin. Digga, ich guck so weg, ob einmal ich hör, dass das Tor ist. Digga, der legt sich ins Tor rein. Nein, nicht autokorrigieren. Boah. Was? 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 Junge, was? Ich durf nicht verteidigen. Tor, es war safe Tor. Krank. Hab ich verloren. Krant ist Tor. Guckt euch die Scheiße an. Das ist tot Salah. Tot. T. O. T. S. Team of the season. Ja, ich weiß, ich dachte mir sogar so... Nice. Okay, wie... Der Ball geht auf Tor. Der Ball geht auf Tor, Digga auf einmal. Ja, der Ball geht. Was? Oh mein Gott. Ich schwöre auf alles. Ich habe geschossen. Oh mein Gott. Aber jetzt Alberto. Adama. Adama, warum ist denn Adama auf dem Platz? Oh geil, guck mal wie wir... Wir haben Adama Hubs genommen. Klipp das noch nie sowas gesehen. Adama, das ist doch der beste Spieler eigentlich im ganzen Spiel in der zweiten Hälfte, wenn er den einwechselt. Und schade, man. Ich nehme den Ball sauber an. Ich drücke keine Taste. Ich drücke keine Taste und... Der war doch neben dem Tor! Der ist doch rausgeflogen! What? Oh mein Gott. Die Distanz ist da so... Uah! Was? 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 Jaaaaah! 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 Also der letzte Spiel unserer... der beste Trainer, der wir noch nie hatten. Mit Iwiza-Ossim. Was war das? Also das? Bitte, bitte, bitte! Clip. Oh mein Gott! Hahaha! Junge! Hat Talan den Ops genommen! Oh mein Gott! FIFA Deutschland! Ich versteh nicht, wieso meine Spieler... Wieso ich von meinen Spielern gefühlt immer Manuel tacklen muss. Ja, Eilten, Alter. Ne, hä? Hä? Ist der Schiri Lost? Das war doch im Strafraum, oder? Lecomio 5-5 hat er gekriegt. Der hat schon immer 5-5. Ja, der war schon immer wohl. Lost! Beppo... Beppo hat gerade festgestellt, dass er eine EMA 5-5 hat. Das war's am Komplett. Wenn die EMA 5-5 hat, ja. Ich bin 21 Jahre alt und diskutiert! Ibn 1. Man mal bist du innerlich gefickt. Du denkst nach. Doch dann kommt der Punkt du erinnerst dich zurück. Hey maaahnk dicker. Maaah! Ah, da kann sich die abwenden. Super Tor, Innenpfosten und dann rein. Hier, ich hab keinen Bock mehr auf Neymar, Mann. Ich hab keinen Bock mehr auf den, ich hab keinen Bock mehr. Mann, jetzt wird mir Geld fehlen. Jetzt wird mir mies Geld fehlen, glaube ich. Boah, was ein geiles Tor, Junge. Check dich mal an deiner Tür, nur geglaubt hab ich nicht. Ich wollte nur sehen, ob da wer bei dir ist. Ich will nur, dass du weinst. Scheiße. Oh mein Gott, ist das Pech. Gut so, gut so. Guter Ball, Junge. Richtig guter Ball. Und jetzt bring ich ihn rein. Was? Ron! Klipp den Scheiß. Ja, Bruder, er muss seinen Kasten wie ausgeben dafür. Kappa? Aha! Oh! Nur wir dann! Ah, aber gut, okay. Aber trotzdem Ehre auch wenn er Untrade ist. Ja, Untrade. Ja, das ist wirklich gut. Das ist gut. Ich glaub das ist gut. Gut.